hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at cedroc und ich klicke auf weiter das klima und cedroc ist heiß und trocken was wasser ist die kostbare source ja schön für dich okay wir brauchen bronzeplatten ohne bronzestangen ja und ein paar bäume klopfen ganz wichtig bäume klopfen sonst funktioniert's nimmer so nur ein brauchen wir davon okay wenn er das sagt genau bronzeplatten so dann lesen wir mal diesen komischen seltsamen brief von zecke die cedroc feuchtigkeitsfarben ist jetzt wieder voll einsatzfähig ich bin bereit dir zu zeigen was ich über den wüsten anbau weiß bevor wir jedoch irgendetwas tun brauchst du ein pflanz set hier ist eine anleitung für einen wüsten pflanz set denn du an deiner werkbank herstellen kannst wenn du den hast kommen zu mir in die feuchtigkeitsfarben und wir reden darüber ok dankeschön und von ihm hier hallo ich kann es nicht lesen gemacht hier du hast einen schönen briefkasten also für so einen schwachsinn brauchst du mir nicht schreiben also du hast einen schönen briefkasten ich hau dich gleich spockstisch um jung so eine verarschung hier so mal gucken große pflanze land set land set where are you i see you not ok ich sehe dich nicht usa immer noch meine tasche da ist kein rezept ach arbeitstisch ich bin auch lost arbeitstisch grundlegende pflanzen set ach ja wie oft soll ich den herstellen muss mal kurz gucken einmal ja das können wir einmal einmal herstellen und dann mal zu ihm bronzer platte dauert noch ein bisschen bronzer rahmen kann ich noch nicht das dauert noch sehr lange ansonsten habe ich gern schon viel mist in meine taschen ich weiß gar nicht wohin mit den ganzen mist egal aussortieren werde ich immer noch so zicke du bist ja direkt hier dann kann ich ja mit die der hydro gel ist working great like i said in a way i guess you could say you say things are growing again and with the civil core on increased alert i don't think we have too much to worry about from our scaly pals now might be the time to make good on my promise to matilda and teach you about desert planting first off it ain't easy before you can plant anything you gotta understand a little concept we around here call the straw grid i won't bore you with the details but basically the soil around here ain't good enough to plant much of anything that is in the square of straw around your seats protect them from the wind put a bunch of squares together in well that's why we call it the straw grid strogitter let me show you how to make a little straw fence in sandy soil los komm zeig zeig mir dann water it daily maybe add some fertilizer and then wait and then warten once your crop is fully grown you can harvest it oh if you plant often in the same place your soil will retain some nutrients and slowly upgrade over time okay that's about it um if you have any other questions i've actually written a guide on the subject flip through it if you get time here some other stuff to get you started to just do all those things i said and everything should go great for starters why don't you try growing some sand rice we'll see how it goes okay we werden sehen wie es mein gott wie es läuft wachstum kann ich jetzt lesen du hast dich also entschieden fragen und antworten okay sind nicht viel aber besser als nix zecke noch irgendwas sand rice sand rice ernten das möchte ich jetzt veräppeln soll ich jetzt hier sand rice machen okay zecke wie sehen uns du hast hier was so geschaffen ist nicht wahr kathomaten kathomaten kaktus kaktus genau aber er meinte sand reissand weizen sand rice sammeln genau eins für drei samen alles klar dann immer ein bisschen mehr und zwar sechse samen und wo man kann auch bei ihm dünger kaufen sehr gut sechs dünger würde reichen so einzig was noch viel ach keine ahnung ist ja warte mal kaffee tee baum kaffee wollen wir nicht kaktus sammeln okay da werde ich mal auch mehr nehmen okay das reicht ich muss halt wieder übertreiben ich muss mal wieder übertreiben das typische ich gut dann kann ich ja zurückfahren und gleich probieren wir das mal aus erstmal nach hause muss ausprobieren aber da fehlt auch noch werkzeug ich kann doch nicht einfach so ne das geht ohne werkzeug nicht glaube ich muss sie mal schauen vielleicht hat er mir werkzeug in den taschen gepackt was ich bezweifle dass es so ist ja das habe ich sowas von gewusst also fragen es ist nicht unmöglich etwas in der wüste zu pflanzen weiß gefehlt naja nicht so weit gefehlt strohgitter und ranch store was brand store und war ich muss noch mal gucken red store äh bald kommt zur feuchtigkeitsfarm stroh aus dem ranch store und beides im bürgers wasserwelt die kirche bekommt viel von diesen sachen aus portia dann schicken sie uns etwas davon stroh wo es außerhalb von sandrock nicht gerade eine begehrte ware ähm ich hab ziemlich viel mist in meine taschen ne ziemlich viel mist okay ich schau mal kurz hier rein ähm gucken mhm nein es ähm ist einfach nur ein pflanzen set muss ich den kann ich den nur einmal verwenden oder wie funktioniert der dieses pflanzen set ganz ehrlich ich möchte gerne winter okay kann ich erst öffnen wenn meine taschen leer sind okay 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 ein moment wir räumen wir hier ein bisschen auf also läuft gut mit den aufräumen drehbuch der alten welt warum ist das hier drehbuch der alten welt ich hab davon zweimal okay hier das kann auch rein werkzeug das brauchen wir äh was kann ich hier ablegen und was nicht oh wir haben auch blutstein ein bisschen ein bisschen okay für die neue werkbank ganz gut feuer das bleibt schon da ähm das bleibt auch da das kann auch da bleiben jetzt haben wir schon zehn stück davon sehr gut okay haben wir hier noch irgendwas was da rein kann ich glaube eher nicht so so seile haben wir zufälligerweise nicht und das haben wir gummi 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 aber hier irgendwas mit gummi noch rumfliegen ich glaube eher nicht so ne gummi 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 ähm doch hier das gummi und das gummi aber das habe ich da nicht einsortiert okay Mensch wir haben hier noch irgendwo was zu essen ne drinnen da da kann man da rein sortieren ich weiß es erstmal nicht spannend aber müssen wir erstmal jetzt durch die müssen das jetzt machen dann sagen wir hier kacke am dampen das ist nicht so geil ich soll vielleicht mal alte klamotten wegschmeißen okay das wird ja kann auch hier rein sehr gut äh ansonsten haben wir hier irgendwie nix großartig äh das haben wir noch den kacka kann ja auch noch rein machen den aa und das hier rein genau Jagdmilch ist hier falsch äh hat hier schon irgendwo Jagdmilch gelagert ich glaube eher nicht ähm aber alte klamotten hätte ich schon mal verkaufen können ne braucht die gar nicht mehr die sind so alt und abgeäschert die Müll wegräumen eine sehr alte Jeans die ist voller Löcher und nicht etwas in dem man gesehen werden will ja auch heutzutage haben die Leute kaputte Sachen an und denen stört es anscheinend nicht dass sie so dreckig rumlaufen also kaputt also kaputt nicht dreckig aber kaputt kapuuuut so kreuz macht uns stolz äh nein doch nicht mi 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 äh wo halt denn wo hab ich denn ... Achso das das da noch rein was hab ich denn immer das Lederhäntl da und da ... ... Okay, ich habe immer noch Platzmangel. Wo habe ich die ganzen Fertigbaren gelassen? Nirgendwo, ne? Also ich habe das noch nicht irgendwie so sortiermäßig mit eingeplant. Okay, dann sollte ich jetzt mal das sortiermäßig einplanen. Und zwar hier rein. So. Meine Güte, da habe ich hier eine Menge Müll. Von der eine Menge gutem Müll. Würde gar nicht loswerden oder so. Man will es einfach nur behalten, ne? Man will es einfach nur behalten. Man kann sich schlecht davon trennen. Gut, dann packen wir das Gummi dann hier rein. Ist ja kein Problem. Hier haben wir noch was. Handtun. Was ist jetzt hier? Lupe. Ich weiß auch nicht für was. Äh, ja, da rein. Ich weiß nicht, wohin damit. Deswegen, da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. So. Äh, sortier mal. Jetzt hier alles richtig schick ein. So, dankeschön. Jetzt ist wenigstens ein bisschen weniger geworden. Und, äh, ja, ich sollte mehr Kästen bauen. Dass man mehr unterbringen kann. Gut. Ähm. Das war es erstmal das. Wir haben schön aussortiert, ja. Und jetzt können wir hier das grundlegende Pflanzset mal eröffnen. Anleitung zu Wüstenpflanzung. Also, mit deinem Werkzeugkasten, kannst, 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 Werkzeugkasten hast du die Wüstenpflanzung freigeschaltet. Jetzt kannst du mit deinem Actionsrad in den Pflanzenmodus in den Garten wechseln. Also, aktiviere den Pflanzmodus mit einem Actionsrad und benutze dann dein Werkzeug. Als nächstes willst du einen Saatgut aus der Pflanzenwerkzeugleiste. Und, pflanze es mit der Actions-Taste. Brauche ich nie lesen. Nach der Ernte hinterlässt die Pflanze Nährstoffe. Um das Pflanzen einfacher zu machen, kannst du deinen Werkzeugssatz verbessern, wenn du deine Werkzeuge benutzt. Kannst du sie aktivieren und gedrückt halten. Alles klar. So. Ich bin im Pflanzenmodus. Ich bin sowas von pflanzig. Ernst? Nein. Äh, wie heißt das? Ach, ich hab noch nicht mal Wasser. Ja, super. Strohgitter. Drei Strohgitter nur. Zum Testen. Okay. Moment. Finde ich voll gut, ja. Ist total legit. Jetzt fehlt nur noch Wasser. Kann ich hier an der Werkbank ran? Nee, ne? Okay, pass auf. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Hm, war das Werkbank? Ich glaube ja. Ja, Wasser. Einmal herstellen. Und dann wieder im Pflanzmodus. So, und jetzt nur noch verbessern. Ja. Ja. Yep. Hä? Ich hab doch drei gehabt. Oh. Kosten jeweils zwei. Na, das ist ja unangenehm. Okay. Huch. Ähm. Ich weiß, äh. Wir beschäftigen uns erstmal mit Pflanze. Ne? Und ich brauch noch ein bisschen Wasser von Fergus. Fergus, Wasser. I coming. Fergus, Fergus, Fergus. Gib mir dein Wasser. Du kriegst dann auch Geld dafür. La 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 la. So. Da sind wir. Fergus. Ich weiß ganz genau, wo du dein Wasser herbekommst. Also gib mir alles, was du hast. Alles. Jetzt kostet noch mehr. Jetzt will er noch mehr Geld dafür haben. Hahaha. Äh. Inflation. Was ist das denn hier? Welch ein Müll. Halt. Untersuchen. Friedrichs Faulenzer. Auf bestimmte Zeit geschlossen. Boah, weiß er, dass er so heißt? Boah, weiß er das? Da steht nicht immer Friedrichs Faulenzer oder so. Ich glaub, der hat keinen Bock mehr. Der ist so ein Faulenzer. Dieser Faulenzer, ne? Dieser Faulenzer. So, ich hab ja was. Wasser. Da passen immer zwei Mal Wasser rein. Ja. Sehr gut. Dann kann ich ja hier raus aus dem Modus und zukünfterweise mal mehr solche Strohdinger bauen. Ähm. Und nicht immer gleich alles an Wasser verbrauchen. So. Dann basteln wir noch ein paar Kisten. Die brauchen unbedingt mehr Kisten. Sonst haben wir richtig große Probleme mit Platz. Hab jetzt schon Probleme. Weil tut ja es, man kann mehrere Kisten hintereinander, ne? Und dann kann man, glaub ich, da drauf gehen, ne? Ne. Man geht direkt rein und man muss rumspringen. Ne, man kann rauf gehen und einzeln von oben nehmen. Das ist sehr gut. Schön zu wissen. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr gut zu wissen. Somit kann ich jetzt ja mein ganzes Zeug hier endlich mal ablegen. Ah. Welch eine Wohltat. Natürlich. Geht nicht. Den ganzen Rotz hier weg. Äh. Was man nicht wirklich braucht. So. Die vier Sachen behalte ich drin. Sehr gut. Ach. Endlich die Taschen leer. Ich freu mich so. Taschen leer. Yeah. Nur mal zum Pflanzen, ne? Und den Rest wird dann aus diesen Dingsbums. Meine Gute. Die vier Schrauben sind fertig. Jetzt hab ich wieder meine Taschen voll. Nein. Natürlich nicht. Ofen, ne? Die kann man auch verbessern anstatt hier, ne? Blutsteinkern. Dafür brauchen wir eine mittlere Werkbank. Und mittlere Werkbank. Was brauchen wir dafür? Warte mal. Wir gucken mal hier. Vielleicht kann ich das hier direkt verbessern. Wäre, glaube ich, noch besser. Äh. Was brauchen wir dafür? Hartholz. Beim Verarbeiter. Und Maschinen-Upgrade-Kit. Marmorplatten. Okay. Die Sachen werden wir wohl zuerst bauen müssen. Leider wollte ich eigentlich mit euch Holz stemmen. Ja. Ich wollte mit euch hier... Wo sind das hier? Gib mir dein Stroh. Komm her. Egal. Pflanzenfaser. Ich wollte mit euch eigentlich hier ein bisschen Bäume füllen. Auch wenn es nicht erlaubt ist. Ist mir egal. Hauptsache ich hab Baum. Also Hartholz. Wollte ich mit euch hier ausprügeln. Genau. Eigentlich. Das war eigentlich schon mein Ziel. Für heute. Aber dann hat sich das so geändert. Da ich die Quest gemacht habe. Dass ich dann dennoch mir die Pflanzen angeschaut habe. Kalktus. Geh weg. Gib mir doch den Baum. Welch ein Traum. Ergibt mir Baum. La la la. La 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 la. Ja. Hartholz-Dealen. Da brauchen wir jede Menge Hartholz. Von den dicken Stämmen. Die werden mich hassen. Das weiß ich jetzt schon. So. Mal gucken. Ob ich schon irgendwie Hartholz-Dealen machen kann. Ne. Mein Verarbeiter war das. Mh. Hier. Genau. Hartholz-Dealen. Genau. Ist ein Auftrag. Oh. Und da kann ich noch einen anderen Auftrag abgeben. Gut. Dann bringe ich da mal die junge Dame Bronzestangen. Dann ist das schon mal erledigt. Ich weiß. Ich wollte schon längst Feierabend machen. Aber wir können noch ein bisschen länger machen. Heute ausnahmsweise mal. laufen wir zu der komischen Dame und geben ihr die Bronzabahnen schon mal. Bronzabahnen. Rennt sie hier draußen rum? Nein. Sie ist zu Hause. Okay. Sehr gut. Einfach rein spazieren. Rockies zu Hause. Da wohnen sie. Okay. Hallo. Hallo. Ich bitte schön. Wow. Danke. Oh. Ist ja schön. Danke fürs Geld geben. Und tschüss. Komische Frau. So. Nur Hartholz-Dealen. Nach zwei Hartholz-Dealen. Und dann können wir den nächsten Auftrag auch noch abgeben. Man kann ja pro Spieltag zwei neue Aufträge annehmen. Auch wenn du schon noch alte Aufträge hast. Man kann dennoch sehr viele Aufträge annehmen. Vor allem müssen das auch einfache Aufträge sein. Nicht so einer schweren. Wo man, äh, wie ist ich, was alles bauen muss. Ja, ist klar. Man kriegt mehr Jolts. Ja. Aber. Kostet Zeit. Und noch auf den einen Hartholz-Deal warten. Komm, wir warten noch. Komm, wir warten noch. Lässt sich Jan schon Zeit. Ähm. Jetzt aber. Ja. Ja. Genau. So. Den letzten Auftrag abgeben. 200 Meter entfernt. Dann würden wir die Bestellung abschließen. Und danach dann die... Ja. 1.59 Uhr. Äh. Äh. Nein. Ich mach da nicht mit. Ich hab keine Lust auf die Jagd. Bleib stehen. Rian. Ah. Ich will das nicht. Kusch dich. Hey there. Hey there. Hier. Thank you. Ja, bitteschön. Und der ist der Nächsten. Ja. Okay. Ich könnte hier warten. Obwohl. Ne. Äh. Musik hier registrieren. Ich hab jetzt absolut keine Zeit dafür. Na gut. Äh. Dann sag ich mal an der Stelle. Pausieren. Äh. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht schön ist. Abonneben meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Um keine weiteren MyTime at Sandrock mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen. In der nächsten Folge von Sandrock. Und nächste Folge geht's dann mit den Geisterjagd. Ciao mit V. Eine spukige Zeit. Tschüss.